Kathrin Grant, der Star des neuen Kolumbia-Films, Sindbad siebenter Reihe. Nein, wissen Sie, was einem heutzutage alles passieren kann? Wenn man nicht genau aufpasst, befindet man sich plötzlich in einer Gegend, an die man nicht einmal im Traum gedacht hat. Wie hier zum Beispiel, mitten in einer Wunderlampe. Willkommen, Prinzessin Parisa. Ich möchte Ihnen etwas von einem sehr ungewöhnlichen und märchenhaften Film erzählen. Diese kleine spanische Stadt ist wirklich der schönste Hintergrund, den man sich denken kann für das bezaubernde Abenteuer aus Tausend und eine Nacht. Sindbad siebente Reise. In solchen Palästen haben die Kameras atemberaubende Bilder eingefangen. Ich möchte Ihnen zeigen, was geschieht, wenn Sindbad, der berühmteste Abenteurer aller Zeiten, zu einer aufregenden Reise antritt. Hier steht er Auge in Auge mit einem Zyklopen. Parisa! Sindbad! Hier bin ich! Hier, auf dem Kissen! Zehntausend Teufel, was hat das zu bedeuten? Was ist das wieder für eine üble Zauberei? Jedes Mal, wenn ich diese Szenen sehe, frage ich mich, wie haben die das nur gemacht? Wie war es möglich, diese Geschöpfe genauso zu schaffen, wie sie in Tausend und eine Nacht beschrieben sind? Man hat mir erklärt, das sei durch eine neue Aufnahmetechnik gelungen. Aber bitte fragen Sie mich nicht, was das ist. Ich sitze nur da und staune. Machen Sie es genauso und sehen Sie sich diese Wunder an. Vorsicht! Tötet ihn! Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge von Sindbad gesehen, der von einem glänzend aussehenden jungen Schauspieler namens Kervin Matthews dargestellt wird. Er ist genauso ein großartiger Fechter und tausend als er, wie einst Douglas Fairbanks Senior. Er ist so stark, dass er mich auf einer Hand tragen kann. Sindbad! Ich schaff's nicht allein, ich kann es nicht bewegen! Ihr müsst es versuchen, Prinzessin, es ist unsere einzige Hoffnung! Aber sehen Sie, manchmal bin ich auch ein wirkliches, großes Mädchen. Für noch so einen Kuss würde ich einen ganzen Erdteil erobern. Es geschieht noch mehr, viel mehr in Sindbad siebender Reise. Da gibt es Aufnahmen, die Sie noch nie gesehen, von denen Sie noch nie geträumt haben. Das waren erst einige der vielen Abenteuer und Überraschungen, die Sie miterleben werden. In Sindbad siebender Reise. Ein Film mit Kervin Matthews und Catherine Grant. Mit Richard Ayer als dem Geist in der Wunderlampe. Und Taurine Thatcher. In Technikolor. Sindbad siebender Reise. Ist das achte Weltwunder der Land. In Technikolor. In Technikolor. In Technikolor. In Technikolor. In Technikolor.